Scheiße, das muss ja irgendwo sein. Mann, ich wollte dir das doch zum Abschied noch zeigen. Das Schatz war ja nicht damals meine Ehe gekostet. Und die hast du einfach weggeschmissen. Saustelle. Ist es das? Ja, das ist es. Sie hieß Pia, war erst elf, wurde in dem Feld da vergewaltigt und getötet, ganz in der Nähe ihres Elternhauses. Die Leiche haben wir erst viel später gefunden, in einem See. Einen Täter haben wir nie erwischt. Ein Junge hat an dem Tag dort ein rotes Auto gesehen. Das haben wir natürlich nie gefunden. Keine Ahnung, ob da was dann war. Als wir die Leiche aus dem See geborgen haben, die war schon zu lange im Wasser. Ich muss das der Mutter sagen. Achter Juli. Hm. Heute ist der Achter. Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Hallo. 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 wer. Ja. Achter Juli.